Wir sind jetzt ankommen in Südtirol nach sieben Stunden Autofahrt in Meran, das schaffst du auch nicht an jedem Tag. Aber durch den Feiertag und durch diesen Reformationstag waren heute alle Leute unterwegs. Zwei, drei Stunden Stau, wenn wir hier reinkommen. Das wird ein bisschen besonderer Vlog, aber dazu erzähle ich euch gleich hier im Zimmer mehr. Bei YouTube muss man mal gucken, wie im Fernsehen alles sitzt und so. Das ist ganz heiß, das Terrain. Bei der Fahrschwede, da kann ich auch ran, wenn das so lahm ist. Ernst zu Zeiten. So guys, ich melde mich jetzt hier exklusiv zurück von der Toilette. Kleiner Spaß am Rande. So weit kommt es noch. Wir sind endlich, jetzt wie gesagt, habe ich schon gesagt angekommen in Südtirol, in der Nähe von Meran. Und was wird das für ein Vlog? Ich habe doch eigentlich gesagt, jetzt kommen mal sechs Wochen gar keine Vlogs mehr. Und das war nicht ganz richtig. Ich habe ja auch nicht gesagt, ganz sechs Wochen kommen keine Vlogs mehr. Und ich möchte euch das ganz kurz erklären. Das wird ein Vlog, wie ich es ihn schon mal auf diesem Kanal gab. Denn das schicke Ding ist hier wieder dabei. Die DJ Phantom 4 Pro, meine geile Drohne. Und ich habe nachgefragt hier, wie es ist, ob man hier in Meran überhaupt Drohne fliegen darf und so. Und wir haben gesagt, kein Problem, wenn man nicht über irgendwelche Gebäude oder so fliegt. Und es wird also ein Drohnenvlog. Aber jetzt hier erstmal Meran. Es wird ein paar Cinematics geben, ein paar Drohnen-Shots. Also Cinematics, wie gesagt, weniger und gar kein Gelaber bis zum Ende. Es ist dunkel, ich fliege heute Abend nicht mehr mit der Drohne, wir sind angekommen. Hat ein extrem viel Stau. Weil jetzt hier der scheiß Reformationstag und der andere Tag aller Heiligen aneinander fällt. Und sich die Leute dann dachten, naja, hier mache ich Montag frei. Und dann habe ich zwei Tage frei. So sieht es ja aus. Ich weiß nicht, ob ich morgen fliegen werde, weil schlechtes Wetter ist. Aber das juckt euch ja auch gar nicht, denn das wird wie gesagt nur ein Vlog mit Cinematics und Drohnenaufnahmen. Und zweimal labern, einmal Anfang, einmal Ende. Und dann würde ich sagen, ich gucke mal, was ich da so zusammenschneide. Es wird einfach so total durcheinander mit schönen Sachen. Viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.